hallo und herzlich willkommen liebe zuschauer hier auf meinem kanal in meiner hand hier halte ich wohl das kleinste das leichteste und das günstigste 20 mm objektiv offenlinde 2.8 mit autofokus für das sony e mount für das vollformat wow und wer glaubt dass dieses objektiv mit einer preisgestaltung von sage und schreibe nur 149 euro eine ja sage ich mal chinesische gurke wäre im bereich der objektive den möchte ich beruhigen nein es ist nicht so ich war sehr überrascht was in diesem kleinen objektiv alles wirklich drin steckt und darum soll es heute gehen im vergleich natürlich auch hier mit dem 20 mm 2.8 von tamron denn das ist eigentlich so mein haupt 20 mm objektiv und ich finde hier kann man einen ganz ganz guten vergleich mit angehen ein vergleich den ich nicht anstreben werde ist das 20 mm von sony denn schließlich müsste man das sechsfache ausgeben was man hierfür bezahlt um sich das sony zurzeit kaufen zu können und trotz alledem möchte ich das sony an der stelle gar nicht schlecht reden nein das ist ein preis sicherlich wert gerade im bereich der schärfen leistung bei offenblendigkeit es hat ja auch die offenblende von 1.8 hier haben wir nur 2.8 und wie gesagt in der schärfen leistung und alles was drumherum damit zu tun hat würde ich sagen dass es sony mit dem preis natürlich auch gerechtfertigt ist nur wer gelegentlich mal 20 millimeter braucht oder sagt ich brauche es eigentlich nur zum locken nebenbei um braucht auch keine freistellung die man natürlich mit einer offenblende von 1.8 erreicht für diejenigen ist so ein objektiv wirklich gold wert und zumal es ja auch noch gar nicht teuer ist preis habe ich schon gesagt 149 euro im vergleich liegt das tamron objektiv so um doppelter preis so um die 300 euro 295 euro habe ich jetzt gerade gesehen und ihr seht hier schon ein leichter größenunterschied das ganze wiegt nur knappe 150 gramm und das muss ich gerade mal hier ablesen dieses objektiv liegt gramm mäßig jetzt muss ich erstmal gucken bei 220 gramm ist schon ein bisschen mehr aber es ist immer noch klein und leicht und während urlaub unterwegs ist und sagt ich brauche mal ab und zu was weitwinklig ist warum nicht welches nun besser ist das möchte ich gleich mal mit euch hier durchgehen meine erfahrung die ich dann mit beiden objektiven gesammelt habe übrigens hier über über das tamron gab es ja schon im bericht ich verlinke euch das mal da oben wie gesagt ich habe es als sehr sehr gut empfunden und tue ich auch nach wie vor noch kommen wir jetzt aber erst mal zum wild rox 20 mm auf dem lande 2.8 für das sony e mount es wird ab dezember glaube ich jetzt hier auf den markt kommen vor reservieren oder vor bestellen könnt ihr das schon link habe ich jetzt nicht hier könnt ihr selber bei amazon oder wo auch immer gucken oder bei rollay und euch das dann organisieren wenn ihr das gerne haben möchte übrigens vorweg vielleicht noch mal ich gebe euch ganz am ende noch einen kleinen tipp wie ihr dieses objektiv hier so für zwei drei stunden kostenlos an eurer kamera testen könnt also bleibt bis zum ende dran so komme ich aber erst mal zu dem was euch wahrscheinlich am meisten interessiert und zwar wie sieht das aus mit der schärfe ich muss sagen schon bei offenlände 2.8 im zentrum hat das ding eine gute schärfe und wird am rand ja so ein bisschen wie wie heißt es so schön so ein bisschen ghostig ich muss sagen haut einen nicht unbedingt um das tamron liefert da so ein hauch besser ab beim abblenden nachher ungefähr blende 4 blende 5 6 muss ich sagen gefällt mir das wild rox objektiv im zentrum sehr sehr gut holt auf jeden fall das tamron nicht ein aber ist auf gleicher ebene und damit meiner meinung nach für die fotografie im ultra weitwinkel bereich definitiv zu gebrauchen also das zum thema gurke geht ja gar nichts nun ich weiß nicht bei diesen ganz günstig hergestellten objektiven kann es sein ja so eine art streu wirkung oder ich weiß jetzt nicht wie man das genau nennt aber das vielleicht mal ein dezentriertes dabei ist es kenne ich zum beispiel noch von den samyang objektiven das ist mal gelegentlich vorkommt aber wenn es vorkommt und ihr das vielleicht bei roller gekauft habt dann schickt ihr das wieder ein und kriegt dann ein objektiv zurück was dann fehlerfrei ist chromatische aberration ist ja auch immer so ein thema da kenne ich so manches samyang objektive die ja mehr lila grünliche farbsäume bilden das haben die hier wirklich sehr sehr gut weggearbeitet was mir allerdings aufgefallen ist von der verzeichnung her das tamron ist ein bisschen runder von der verzeichnung her hier ist es schon ein bisschen was weg korrigiert kann sein weil ich hier das neueste update auch drauf gezogen habe das objektiv in der preislage könnt ihr euch vorstellen ist natürlich nicht spritzwasser oder staub geschützt unvorstellbar es geht auch nicht wir haben aber trotzdem die möglichkeit hier hinten ist ja immer der anschluss hier usb typ c sich die updates drauf zu ziehen wie gesagt das hatte ich ja auch schon gleich dann erledigt die sind ja bei wild rox immer relativ schnell am start um ja die nutzer dieser wild rox objektive dann auch wirklich zufriedenzustellen oder wenn es verbesserungen gibt dass sie natürlich da gleich eingreifen können was mich dabei nicht ganz so geflasht hat ist hier mit diesen neuen blenden lamellen das hat das tambron auto sind die blenden sterne ich finde sie so ein bisschen bisschen gestreut ich habe jetzt einmal komplettes gegenlicht gehabt hier durch die jalousie da war dann auf einmal so ein schöner weißer strick ich fand den look sehr sehr gut aber wie gesagt allgemein die sterne hauen mich bei dem objektiv nicht unbedingt um eine naheinstellungsgrenze von 19 zentimeter ist jetzt nicht unbedingt makrotauglich aber ich habe das jetzt einmal an meine sony zvi 10 also eine kamera mit aps-c sensor geschraubt und habe da in afrika so eine schöne rote libelle erwischt und ich muss sagen es ist zwar kein echtes makro und ich habe auch noch ein bisschen ins bild reingekroppt aber so im allgemeinen muss ich sagen für die blümchen fotografie ist es auf jeden fall noch ausreichend das tambron hingegen hat eine naheinstellungsgrenze von 11 zentimeter vom sensor aus gesehen und hat hier einen abbildungsmaßstab von 1 zu 2 also das tambron kann man schon fast als als makro dann auf jeden fall gebrauchen der autofokus wobei da lege ich bei 20 mm jetzt nicht so einen ganz großen wert drauf funktioniert soweit okay er ist nicht der schnellste aber den erwarte ich ja auch nicht und mir hat es auf jeden fall gereicht denn dieses 20 millimeter objektiv benutze ich auch gerne und das war auch mein letzter beitrag wo ich euch foto fans event vorgestellt habe das habe ich hier mit dem 20 millimeter gefilmt und auch wenn ich mal ein bisschen näher rangehe und weiter nach hinten gehe das funktioniert ganz gut was mir allerdings aufgefallen ist ist dieses focus briefing oder focus atmen wenn man jetzt extrem mit dem focus arbeiten möchte das heißt ich halte die hand davor und gehe mit der hand wieder weg dann sieht man auf einmal dass hier in den linsengruppen sachen bewegt werden die so ein bisschen den bildausschnitt verändern und das ist jedoch ausgeprägt wobei der autofokus an sich auch relativ lautlos ist den hörste kaum das ist hier bei dem tambron objektiv sehr sehr ausgeprägt also diejenigen die am vloggen sind und vielleicht ein mikrofon direkt auf die kamera schrauben mit dem tambron ist es fast auszuschließen weil diese geräusche von dem die autofokus geräusche von dem tambron wie gesagt doch sehr sehr laut sind stört mich persönlich nicht weil ich hier entweder mit zum aufnahmegerät arbeite oder halt auch mit dem lavalier mikrofon was mir allerdings im verhältnis zum tambron auch wieder aufgefallen ist ist der bildausschnitt wir haben zweimal 20 millimeter aber hier beim tambron habe ich so ein zwei millimeter gefühlt mehr bildwinkel als hier ich weiß nicht ob das benutzt wird weil intern schon korrekturen vorgenommen werden und deswegen geht ein bisschen bildausschnitt flöten aber 20 millimeter scheint eben nicht immer genau 20 millimeter zu sein trotzdem der bildwinkel ultra weitwinkel reicht mein verhältnis komplett aus ein thema was eigentlich bei 20 millimeter meiner meinung nach unwichtig ist hier geht es ums bouquet der weiche hintergrund wie gesagt wenn man mal näher rangeht brauchen wir nicht darüber reden es ist nichts großartiges rundes wie lange brennweiten mit mit offenblendigkeit und so weiter ist trotzdem noch schick anzusehen aber ich sag mal steht bei mir jetzt nicht auf der prioritätenliste bei diesem objektiv und wie schon gesagt dadurch dass es so klein und leicht ist passt es auch sehr sehr gut auf eine kamera drauf mit aps c sensor wie zum beispiel die zvc mit der ich ja immer gerne unterwegs bin und vlogge zwischendurch auch mal fotografiere und wie gesagt durch die größe fällt das jetzt gar nicht so auf wir haben natürlich einen engeren bildausschnitt und kommen dann ungefähr äquivalent zum kleinbild auf 30 millimeter und ich finde dann kommen wir in diese richtung der street fotografie denn auch mit der zvc die ja so leicht klein kompakt ist hier mit diesem objektiv ja kann man so mal locker aus der hüfte schießen fällt gar nicht so großartig auf wenn man urban unterwegs ist und ich muss sagen es ist auch eine sehr sehr kombination diese 20 millimeter an eine kamera mit aps c sensor von sony komme ich jetzt auch schon zum fazit über das wildrocks 20 millimeter 2.8 ist es sein geld wert jawohl aber auf jeden fall ein objektiv für knappe 150 euro mit der abbildungsleistungsqualität sag ich jetzt mal ich hätte definitiv schlimmeres erwartet und als ich hörte dass es ein objektiv gibt was noch günstiger als das tamron objektiv ist hatte ich eigentlich damit gerechnet dass es irgend etwas manuelles ist mit metallgehäuse und so weiter aber das wildrocks es wieder schafft mich zu begeistern mit kleiner leichter und günstiger wahnsinn ich kann es wirklich nur denjenigen empfehlen der zwischendurch mal unterwegs ist für sein reisegepäck wenig geld ausgeben möchte und auch wenig gewicht haben möchte trotzdem in der gesamtbild betrachtung eine schöne auflösung hier bekommt also für den preis gibt es nichts zu meckern natürlich wer hauptsächlich im ultra weitwinkel fotografiert wie mein lieber foto party jukebox der das ist sein täglich brot sein 20 millimeter und natürlich ist es dann auch wert die sechsfache summe auszugeben für ein sony objektiv mit den 20 millimeter und gerade im verhältnis mit offenblende 1.8 da kann man dann auch wieder über bouquet reden muss ich sagen ist es natürlich bei sony gerechtfertigt aber im allgemeinen würde ich sagen ist dieses objektiv ein gelungenes objektiv und ich glaube dazu wird es jetzt in naher zukunft und auch in entfernter zukunft keine vergleichbare konkurrenz mehr geben jetzt natürlich die frage michael welches der beiden würdest du denn jetzt empfehlen mehr mitnehmen schließlich kostet das tamron objektiv das doppelte ist auch ein bisschen schwerer und der autofokus motor ist echt echt laut aber das tamron hat den vorteil dieser naheinstellungsgrenze das macht unheimlich viel spaß ein bisschen spielraum zu haben der autofokus arbeitet bei dem objektiv eigentlich auch sehr gut ich würde sogar sagen noch bald besser als bei dem objektiv aber wie gesagt bei 20 mm kommt das bei mir nicht unbedingt zum tragen das tamron objektiv ist gerade für die landschaftsfotografen unter euch sogar noch spritzwasser und staub geschützt das ist dieses objektiv natürlich nicht das muss man natürlich von dem ganzen dichtung von der ganzen konstruktion natürlich auch mit bezahlen hier haben wir filterdurchmesser einen gängigen filterdurchmesser und davon habe ich auch die meisten filter von 67 millimeter hier haben wir 52 millimeter und mich jetzt entscheiden zu müssen ja nein vielleicht ich finde sie beide tolle objektive aber wer jetzt davor steht und sagt ich brauche gelegentlich mal ein objektiv den kann ich wie gesagt das wild rox auf jeden fall empfehlen obwohl ich das tamron nach wie vor weiter benutzen werde so das soll mein beitrag gewesen sein hier über das wild rox 20 mm 2.8 und jetzt zum schluss noch mal eben wann und wie könnt ihr das testen der liebe matthias prosky von value tech tv und ich schaut mal bitte auf seine homepage denn da bieten wir wieder einen wild rox test wochenende an ich schreibe das mir eben rein die termine habe ich jetzt gerade nicht im kopf fällt mir gerade raus das eine ist in leipzig leipzig an dem samstag und das andere am sonntag ist in berlin und da habt ihr die möglichkeit für zweieinhalb stunden mit uns smalltalk zu halten und wir haben eine riesen batterie von wild rox objektiven für verschiedene kamera hersteller übrigens ein wild rox objektiv nimmt mich auch gerade auf das ist nämlich das wild rox 85 millimeter auf dem länder 1.8 steht ungefähr viereinhalb meter von mir weg nur dass ihr auch schon mal ein bild davon habt was wild rox ist imstande zu leisten also da können wir uns kennenlernen das ist auch nicht das letzte mal dieses jahr schon aber im nächsten jahr planen wir mit diesen wild rox events natürlich auch noch städte wie stuttgart und münchen düsseldorf und frankfurt und hannover und hamburg und wie gesagt dazu geht doch bitte auf die seite von value tech tv und da steht alles weitere drin das ganze ist kostenlos und die haben wie gesagt die möglichkeit ganz ganz viele wild rox objektive für euch zu testen und natürlich ist hier das 20 millimeter auch mit dabei das soll es von mir gewesen sein und wir sehen uns dann in einem der nächsten beiträge wieder bis dahin euer michael tschüss